Jawohl! Ja, das Territorium sollten wir auch gleich erobern. Wir lagen halt der Steinbruch noch, der hält noch ein bisschen. Wobei, erwarten wir erstmal mit dem Territorium. Falls wir wirklich die Steine brauchen sollten. So, angeschlagen Meteors. Jawohl! Gut. Ah. Trogenschützen. Sofort! So, dass wir das ganze Militär nach hier bringen. Auf euren Befehl! Auf der Stelle! Ah ja, euch kann ich dann einreißen. Wahrscheinlich wäre es erstmal wichtiger, das hier zu erobern. Dann habe ich nämlich auch noch gleich ein Stein vorkommen. Oder das hier. Oder beides. Wahrscheinlich eher das hier. Weil da habe ich ein Eisen und ein Stein vorkommen. Sonst habe ich ja nur das hier oben an Eisen. Auf der Stelle! Wir haben ein Territorium eingenommen. Kühe erledigt. So, Kühe kommen. Haben wir eigentlich wieder einen Überschuss an Kräutern? Ja. Ein Karren wurde ausgesandt. Wie ihr wünscht. Dem werden die Banditen abfangen. Bin ich doof gewesen? Ja, ich bin doof. Auf euren Befehl! Ja, der wird da langfahren und die werden ihn sich gleich einkaschen. Hätte ich vielleicht noch kurz warten sollen. Wie ihr wünscht. Banditen haben einen Karren erbeutet. Mhm. Oh. Sofort! Oh, Doppelhau. Wie ihr wünscht. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Der ist ja auch schon unterwegs. Also die Kühe sind schon unterwegs. Auf euren Befehl! Jawohl! Oh, und sie bauen hier auch schon Katapultkarren. Hey, Katapulte auf. In den Kampf! Das heißt, Rambok ist nicht mehr viel hier. Kämpft weiter! Ja! So, dann schnüffeln wir mal Rosatores Hauptstadt aus. Äh. Verstanden. Banditen haben einen Karren erbeutet. Es gibt kein Zurück. Zum Angriff. Die scheinen noch nicht abziehen zu wollen. Kämpft weiter! Musik Schon unterwegs! Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Schon unterwegs! Ich bin bald so aus, als ob ich noch hier und Schwertkämpfer brauchen. Alles klar. Schon unterwegs. Alles klar. Oh, der hat zwei von denen hier. Verstanden. Angriff. Kämpft weiter. Stürmt los. Nicht aufgeben. So, wer hat noch Fackeln? Stürmt los. Feuer. So, das war das letzte Vanidenlager. Das heißt, wir können unseren Verbindeten Steine schicken. Jawohl. Alles klar. So, ist der Datenlimit erreicht. Wie ihr wünscht. Jawohl. Dann noch Herr Hopp mit Marcus. Oh, und das hier ist doch gar nicht das Hauptgebiet von Rosentores. Wie ihr befehlt. Da gab's noch Gebiete drumherum. Unser Dieb wurde entdeckt. Autsch. Auch gut. Du musst mir für die kein Geld bezahlen. Beschützt dies. Ach, jetzt können wir eigentlich mal die Zeit erhöhen. Sofort. Und Marcus können wir hier rüber schicken, dass er das Territorium einbindet. Jawohl. Das hier mal befestigen. Da kommt der Stein. Oh. Da ist noch ein Vanidenlager. Aber nur ein kleines. So klein, dass es nicht angezeigt wird. Was für eine Schweinerei, ey. Ei. Schon unterwegs. Sofort. Ach, jetzt gehen sie auf die Mauern. Verstanden. Alles klar. Unsere Truppen werden angegriffen. Auf euren Befehl. Zum Angriff. Kämpft weiter. Schon unterwegs. In den Kampf. Sofort. Sofort. In den Kampf. Schon unterwegs. Wo willst du denn hin, Marcus? Jawohl. Äh. schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. mit euch. So. Danke für den Stein. Wir werden die Trebuchets so schnell wie möglich bereitstellen. Eure Siedler. Eure Siedler bedeuten mir nichts. Glaubt ihr, durch den Bau einer Mauer könntet ihr sie vor meinem Zorn schützen? Meine Soldaten werden euch eine Lektion erteilen. schon unterwegs. Geht rein da. Jawohl. Sofort. Ihr auch. Bitte. Was zur Hölle ist ein Schöpfehl? Auf euren Befehl. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. 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 schon unterwegs. Das haben wir wahrscheinlich nicht genug Fackeln, um das Ding abzufackeln. Und da kommt der gegnerische Armee, ey. Auf euren Befehl. Verstanden. Jawohl. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Kämpft weiter. In den Kampf. Stirnt los. Was auch immer das gibt, wenn es fertig ist. Sofort. Nehmt alles mit. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Zum Angriff. Hilf. Äh, wo reitet ihr hin? Schon unterwegs. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Oh, und jetzt ist das Ding natürlich wieder befestigt und sie können es reparieren. Auf euren Befehl. Markus, mal ernsthaft, bewegt dich. Sofort. Oh, und jetzt ist das Ding. Oh, und jetzt ist das Ding. activeroffen. Und jetzt ist das Ding.